und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arno 1800 ähm ja und wir äh unseren Leuten geht es gerade sehr gut wir haben gerade eine Feier eine voll fette Feier ich lege mein Schicksal in ihre helfenden Hände ja dann schau dann sind wir wieder da wo wir angefangen haben dass sie ihr es ist richtig sich denen zu widersetzen die nicht aufrichtig sind die Waffenruhe wurde beendet dann schau ich mal kurz in die neue Welt Arno Hello und Prozenzen I Spielstand gespeichert so ok warte da kann ich da oben auch noch ein Lagerhaus machen so gut ähm dann muss ich jetzt mal hier Mais machen Mais 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 der Mais kommt hier hin wie lange braucht der eine Minute beide brauchen eine Minute wieviel können die denn anbauen alter wieviel können die denn anbauen Junge oh ja Lagerhaus kommt gleich keine Sorge gut dann die ganzen Bäume hier dieser Dschungel hier oh geht doch dann würde ich glatt mal sagen mach ich nochmal wobei also ich glaube einer reicht jetzt so gut äh dann minus 20 hä warte wieso sind hier ich habe hier abgeteilt nee oder ja stimmt Bananen habe ich ja aber ich habe keine ähm Küche wie strotteli warte äh 30 30 30 ok 1 2 1 das heißt ich hätte warte hier drüben habe ich 1 2 hier drüben habe ich nur 2 2 2 und das reicht locker ok ich tut mir leid ähm hier wird's mehr brauche ich nicht gut so äh neue Welt äh die alte Welt ähm genau Fell habe ich rein theoretisch schon ein bisschen aber nicht genug uns geht das Material aus äh hopfen was ist denn los da unten hopfen ein Feuer ist ausgebrochen schon wieder ja aber da geht's ja gleich weiter ähm hier bräuchte ich Stein um die abzudaten ok neue Befehle ja neue Befehle wie die äh ne warte ich mach den der ist schneller so dann bringst du mal Steine und neues Holz nach unten sind unterwegs so und dann werde ich neue Hopfenfelder bauen weil die so ein bisschen überarbeitet hier hopfen 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 Spielstand gespeichert sehr schön du bekommst gleich du bekommst gleich jetzt könnt ihr jetzt könnt ihr weiter machen das schon befürchtet dass die Maschine die Flammen wurden gelöscht m 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 da kommt der Chef neuer Befehle wunderbar so ähm dann danach würde ich mal versuchen jetzt haben wir ja ziemlich viel Geld danach würde ich ein paar Tiere kaufen und dann eben äh den Zoo mal ausbauen weil also wir haben jetzt ein Esel für den Streichelzoo Koordinaten eingezeichnet aber warte warte ne du kannst äh da bleiben die werden jetzt ausgebaut so und dann klatschiff erwartet anweisungen gut dann geht du mal hier oben zu ihr willst du etwas bestimmtes ah genau in die takelage wow du bist ja immer noch nicht weg junge 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 so warte dann baue ich hier unten nochmal hopfen das ist äh ja wirklich äh sehr krasse mangelware aber wieso äh naja so jetzt sollte das mal ein bisschen voranschreiten hier ist immer noch genau das da fehlt noch aber sonst äh geht alles äh glatt das ist schön äh 600 und engine ne was ich hab ein ich hab doch noch keine Ingenieure wo sind denn die Ingenieure hä ich hab noch gar keine wieso zeigt es mir Ingenieure an I don't know so welche Karte bitte die sie haben ein neues Zwischenziel erreicht Kleinstadt das ist süß so jetzt äh brauchen wir die äh ponchos noch ich weiß nicht ob es äh bringt ähm hier ponchos rüber zu schiffen eigentlich schon ne also warte dann äh schicke ich mal von drüben von der alten Welt einen kleinen Clapper wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben ja genau ähm erwarten neue Horizonte Neue Befehle ich glaube den Pharao werde ich äh in die neue Welt schicken neue Befehle Admiral die Wildtaube ne ähm äh hier den die Angie äh die schicke ich ja jetzt nach oben ähm zu den anderen aber sicher 21.000 alles im Namen ihrer nup brauche ich nicht danke ich brauche einen du bist mutig wollen sie kisten ja ok ja da bin ich ja schon gleich dabei so nochmal in die neue Welt ähm dann warten wir auf den Pharao der bringt dann denen das Essen und ich hier genau Mais mache ich schon und jetzt äh warte das ist 1 zu 1 ok dann dann gespeichert ah ne das war dem nicht warte Entschuldigung kommt nochmal weg äh Rindfleisch kommt dann ah warte mache ich hier eine Rindfleisch ähm ne das wäre besser gewesen hier eine Mais äh Insel zu bauen aber das macht ja jetzt nix so da dann da nee das habe ich jetzt wiederfalsch ne THEME so jetzt hat er 1 2 hast du Temps jetzt ja natürlich Warte um dann Konzentration die Waffenruhe wurde beendet sich ja ich mache einfach und zwar ich habe es schon wieder falsch gemacht kann ich nicht mal was wichtig dämlich hier kommt ein Lagerhaus da kann ich ja doch so was tolles dann hier so macht man das wieso vergesse ich immer wie wie das geht also das stimmt doch nicht wie war denn das das ist ja echt peinlich so also drei dann mache ich hier unten nochmal eine das war doch so nee doch nee jetzt das war so nee war es nicht aber wie war denn das ich komme ich komme nicht klar ich komme echt nicht klar ja dann äh suchst du etwas bestimmt ja oh nein jetzt hast du einen Bär aber warte einen Bär habe ich doch schon oder nee ich habe einen Ochsen und einen Esel äh das sind ja zwei wunderbare Tiere ähm willst du etwas kaufen oder suchst du meinen Rat äh dann kauf ich mal Handel wir beide wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus dann uh ein Adler ich will einen Adler ach ach wir haben beide unser Ziel erreicht ich wollte einen Adler haben kann ich dir helfen das kostet hier 15.000 nee und ich kann eh nicht mehr Steuermann das war die Wildtaube einteilige Unterwäsche nein zu pieksig zu ungelenk Hemd und Hose sollten jeder für sich stehen dürfen äh was ich wollte mich gerade betrinken und jetzt kommst du äh entschuldigung es liegt nicht an mir ihre Verbrechen zu kennen sondern allein ich verurteile sie zu dieser überaus angemessenen Aufgabe was ist mit dem verkehrt äh Abholab Sie kommen ganz leicht davon wieso spricht er immer so komisch äh Spielstand gespeichert auf der Brücke ja das ist sowieso im Weg äh auf dem Weg im Weg so die neue Welt was gibt's da Neues ähm mehr als bereit das ist schön wie sieht's mit äh item äh den Waren aus okay Mais geht hoch Fleisch geht ein bisschen hoch ähm für das da brauche ich glaube ich genau Arbeiter so äh das heißt ich brauche den klapper den klapperaren tatsch da brauche ich 100 eieieieie unsere Hoffnungen waren nicht vergebens das ist schon das ist schon ähm Boxkampf-Arena ei Goldmine Großer Hafen Rathaus Boxkampf-Arena okay hm ja warum denn nicht so die zwei Kriegsschiffe wenn dann ähm meinen kleinen Klepper da ähm diskutieren ah genau rum haben die auch nicht das sind doch keine mageren Zeiten ist das aufregend eine Berühmtheit ist gerade angekommen alter Walfänger Möchte in die Stadt ziehen okay und was bringt es das alles hier kommt mir bekannt vor ja wahrscheinlich so zufriedenheit Arbeitsbedingungen habe ich irgendwo hoch angesetzt die ist irgendwie so sind die wirklich am Herzen oder ja aber warum naja egal kein Platz mehr frei kein Platz mehr frei Ei ei so dann gehst du mal hier hin was machst du da du sollst in die die neue Welt ja was denn los bei dir gut ähm so ich glaube nächste Runde also ich muss jetzt Schluss machen wir hatten eine kurze Folge gut äh nächste Runde werden wir anfangen den ähm Zoo aufzubauen und werden dafür nochmal nach oben gehen und schauen ob es hier bis dahin neue Tiere hat und vielleicht kommt aus der Expedition noch noch ein Tier das wäre mal ganz geil gut bis dahin macht's gut und Bye Bye z j j j j j Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020